Sie wollen nicht monatelang Arbeit in die Digitalisierung Ihres Prozesses stecken? Ich bin Patrick Garcia, Business Consultant der Netatwork GmbH und wir liefern Ihnen Ihren Prozess als Prototypen für den Live-Betrieb. Dadurch vermeiden Sie Lizenzkosten, sparen jede Menge Zeit und erhalten sofort ein betriebsfähiges Produkt. Hat das Ihr Interesse geweckt, dann vereinbaren Sie einen Termin mit mir und ich zeige Ihnen in 30 Minuten einige Beispiel-Prototypen und wie unser gemeinsamer Weg bis dahin aussehen kann. Untertitelung des ZDF, 2020